Herzlich Willkommen Leute in 2015. Ich bin es noch nicht, aber wenn ihr dieses Video seht, dann seid ihr auf jeden Fall schon in 2015, weil dieses Video kommt um 0 Uhr am 01.01.2015, 0 Uhr online und ich will euch willkommen heißen, denn 2015 wird ein richtig bombastisches Jahr. Ich bin hier gerade unterwegs, so einen kleinen Winterspaziergang noch, ihr seht hier überall Schnee. Und ja, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, das ist das erste Video 2015 auf meinem Kanal und zwar auf Basti Zockt. Ja, ich habe ja noch den Real Life Kanal Basti filmt und mal gucken, ob da auch noch was kommen wird. Der Real Life Kanal ist unten auf jeden Fall verlinkt. Und ja, ich will jetzt einfach noch von euch wissen in den Kommentaren, was erhofft ihr euch von dem Jahr 2015? Was würdet ihr gerne oder was habt ihr vor? Habt ihr einen Schulabschluss vor? Habt ihr vor, bessere Noten zu schreiben? Also eure Vorsätze für dieses Jahr. Und ja, meine Vorsätze sind einfach Spaß zu haben, weiter an dem, was ich mache. Nämlich erstens an meinem Job. Ich bin Erzieher im Kindergarten. Es macht mir mega viel Spaß und da einfach weiterzumachen. Dann zweitens an YouTube auf jeden Fall. Ich will einfach, ja, das machen, was mir mega Spaß macht. Und das ist einmal meine Arbeit und YouTube. Und ich, ich weiß nicht, ihr ermöglicht mir so mega viel. Also schon allein die Gamescom. Ich meine, ich bin noch nicht wirklich groß, aber die Gamescom, die hat schon reingepfetzt. Und das ist euch so wirklich mal so nahe kennenzulernen und euch mal antatschen zu dürfen. Nee, Spaß. Ja, auf jeden Fall wollte ich einfach nur auch Danke sagen für 2014 und euch willkommen heißen in 2015. Es wird bombastisch. Das sage ich euch. Es wird wirklich. Es wird wirklich bombastisch. Und ihr schreibt mir jetzt runter in die Kommentare, was habt ihr, also wie habt ihr Silvester erlebt und was erhofft ihr euch von 2015. Und ja, das war es dann einfach mal. Und vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angehört habt. Bis dann. Und heute am 1.1. weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt noch ein Video. Ein Gaming-Video. Vielleicht aber auch nicht. Das liegt dann daran, dass ich noch im Bett liege und chille oder was weiß ich mache. Aber wer weiß. Auf jeden Fall. Bis dann. Und tschüss. Bis dann.